spin to win alter du machst gar nichts und glitscht nach vorne was ist denn da los ja heute scheint irgendwie voll die lecks drin zu sein wie lange heute in etwa gehen ich sag mal aber kleine schleichwerbung wenn du dann noch wach bist nach dem stream werde ich dann noch ein bisschen dark soul stream ein bisschen definitiv mal gucken machen wir hier eine kurze pause um auch reise an vielleicht mal abzulenken nein da möchte ich nicht hin wir möchten dahin und mal einmal noch mal hier bim bam in der gruft aber ohne chameleon einfach nur mal so bim bam bim bam bino so machen wir hier fertig ich habe gar keinen echten namen ja genau ich muss ab und zu immer mal mit mit pokern stefan raab spielen ember ember bufft sich auch nein ember macht irgendwelche versteck haben ja und ja ich heiße ja mit dem mit dem typen ja der sänger weiß ja we can leave the world behind genau ich will mich entschuldigen nein eigentlich nicht wirklich ja jetzt noch ein hit und du bist tot ist das jetzt der weitere plan einfach nur weglaufen mein stream name ist dreizehn möwe mit oe ansonsten zu finden unter twitter.com slash dreizehn möwe auch mit oe leider funktioniert das mit denen diesen ös nicht hat einen cast gemacht fast am falscher angestorben mach das nochmal komm bitte halt dann gg hallo machst du denn da nein nein alter wie sagst du da gibt nichts einfach mal im kreis laufen da kommt der kreislauf auch in schwung ja eben ja der ist nicht im keller dann ganz klar er ist in der grove der kreislauf aber so hart ey er ist in der grove der kreislauf und da geht nichts tiefer geht es glaube ich nicht mehr das ist dann der Mist beim teufel oder so sahr закон teams ja jetzt habe ich vergessen also aber durch ich mag ihm mal machen gelaufen todo bade allo xarco 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 geht er flüchtet schon mal nicht er sondern bleibt mal hier irgendwie stehen jetzt leere gehauen ich auchاء nicht schön machen wir einfach mal mit dem dolch kaputt jetzt wirst du perrin weg ja jetzt kriegt den weg step ja weil ich keine stamina mehr hatte das war dumm dann war dumm das war dumm zweimal straight hintereinander ist nicht gut nicht gut und vor allem nicht treppenfeiten das habe ich heute wieder gelernt ist echt unschön und ich sag's dann auch immer wieder und machst aber trotzdem dann ja das ist ja was geiler was ich kann leiser tippen alter alter mach gut schon ja ein wenig ja das war das war dumm von mir ja gg gut gespielt genau möwe tippt einfach mal auf seiner tastatur voll erdbeben hier im headset nur mit schild ich habe kein schild hier im moment auf dem char aufgewertet was deine mann zu longboarden das ist ein longboarden jetzt wird möwe jetzt hat mir gar nichts stand gerade im chat war longboarden ich habe keine ahnung was longboarden ist ich kenne hier long chicken von burger king aber keine ahnung was longboarden ist habe ich echt noch nie gehört wenn das nicht zu essen ist haben wir da keine ahnung von also alles was was essbar ist das kennen wir oh man oh man okay wir scheinen nicht die einzigen zu sein die es nicht kennen die kitala die kitala brennt in mich rein nein 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 geh weg und das habe ich vorhin auch gelernt niemals auf so engen dingern da gewöhnt man sich mit der zeit dran man könnte runterfallen ja ja kentucky schreit ja kennen wir schmeckt sogar ganz gut muss ich sagen also hier so ne kentucky und so wenn man ein hähnchen mag so ab und zu ist halt echt ganz witzig wobei da gibt es halt nicht so viele läden von wie von bk und meck ist ein bisschen schade irgendwie der nächste hier ist bei uns in essen oder so glaube ich ist einer nina sagt er sieht nichts weil er stream hängt also bei mir sieht's auch ich hab die geliebte invadiert bis jetzt läuft er bei mir bei beiden dingern flüssig also ich kann ja auch nochmal hier die alternative mal eben ein chat rein posten nochmal ja wobei jetzt die twitch nicht so gerne macht dann mal nicht so oft naja so oft mache ich es jetzt auch nicht aber ähm zu alle jubeljahre mal ähm da mal rein zu posten ist ja mal nicht verkehrt posten man hat ja jetzt auch nicht erwähnt oder ja die geliebte ist geflüchtet die wollte nicht ich schade eigentlich ist da fehlt der doppelpunkt alter schwede ja geht trotzdem aber ich habe hier eine ganze armee am start da kannst du dann auch gucken hast du der wurde besiegt aber einfach mal kaputt gehauen ach verstehe ich ja verstehe ich ja verstehst du hört mir auf mit regen vorhin wieder geregnet sieht nach gewitter aus ja ist das irgendwie auch super schwül ja da kennen wir was von von gewitter und stream und ja hör auf nicht noch einmal meine liebe freunde ach so ich ja wollte das alter fuhl havel fuhl havel am start hier aber so fuhl das geht gar nicht fuller alter kommst du überhaupt vorwärts ne er hat aber hält doch gleich um ja bei den drachenzahn nicht ja stimmt das ist das einzige was ihm noch zum glück fehlt alter kämpfen fett roll aber ja das schild blockt so brutal die magie ey das ist unglaublich ja kommen wir mal von den mobs weg sonst heißt es wieder ich zieh dich in die mobs die mobs machen dich mein freund die mobs hauen dich die mobs hauen dich doch mensch alter havel oh gott oh gott havel 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 roll dich weg ja mach uns im garfield komm roll dich weg oh jetzt muss er trinken oh er muss trinken ja 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 das ja das trinkt mir mein lieber freund trinkt was moment ich muss mal hier kurz die glocke läuten geht ja mal gar nicht unglaublich der havel man hier einfach mal da durchlaufen kann alter das ist so unglaublich ey was der aushält der junge ne unfassbar der kann da einfach drin stehen bleiben der kann sich gleich ein barbecue machen der kann sich gleich hier nochmal nochmal nackenkotten aufdrehen aber das ist unglaublich ey der kann so mit dem rumknattern der könnte hier weiß ich nicht erdbeben passieren Tsunami oder sonst irgendwas der bleibt einfach eiskalt stehen guck dir da habel man das ist unglaublich ey ich langweil den ja jetzt mach den mob doch nochmal wieder ey das ist aber auch wirklich ja kein interesse den mob zu machen also ich bin nicht schuld liebe freunde da war es für mich ich glaub die Zuschauer find's lustig wie du da alles reinbrezelst und er nicht mal irgendwelchen ja doch jetzt 300 noch was an schaden ey der ist immer wirklich umfassbar 42 schaden gg ey hast du boh ich hab ihn nicht mehr so nö trolley mit dem chameleon vielleicht fällt's nicht auf oder so ne mein schild meine waffe ist gleich eher kaputt als seine ja Reparaturpulver komm go 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 Reparaturpulver alter Schwede ich hab hier nochmal du hast ja du hast ja noch 99 Weihwasser so ist es ja nicht ne na tsch da kann man ja dann auch noch wenn du überleben solltest so die ist die verbotene sonne ja ich hab schaden gemacht ich hab merklich schaden gemacht und 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 Havel ist unter Druck Havel ist unter Druck Havel ist unter Druck er muss sich weghaveln nein nein nicht weghaveln alter gg ey man 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 nur verkackst du nicht gegen so nen dicken fetten Havel man naja da geht dir nix was ist der anstrengend was waren 47 Schaden oder 63 ja keine Ahnung der chillt dir so krank ey aber kommst du halt nicht vorwärts da dauert das Spiel gleich doppelt so lang hast ne Playtime von einem Durchgang von 100 Stunden weil er 50 auf Brustwarzen durch die Gegend schleichst oh man ey das musst du jetzt schon schneiden bei YouTube hochladen und man ist ein ganzes paar Tabel so ungefähr ja das ist doch schon mal richtig geil was ist hier mit ihm wo ist er ach da oben verstehe ich verstehe ich Captain Leuchte Schwert hat sich schon irgendwie voll ach da oben ist schon mal hier lingering flame ja ja meins macht mehr Schaden als deins gg alter aber du machst hier aktiv pew pew sehe ich aber ich auch ja dann warten ne kurzer schmerzloser Prozess wo hast du die ja nix ja genau frag gerade wo ich die verbotene Sonne habe das ist die Quest wenn du den Königstauberer Navlan fertig machst also ihm äh von Paidward gibst von äh Felkin von also die ganzen Items gibst die er haben will dann kriegst du am Ende halt verbotene Sonne als Belohnung das war die Leiter die äh Feder die äh Rüstung glaube ich war ne von ähm ja und den Stab und den Stab und den Stab ja und das waren glaube ich die Sachen die du ihm geben musst weil du musst dazu kein NPC töten das sagen wir auch noch an der Stelle ok tut mir leid ich fühl mich auch schlecht ich fühl mich schlecht tut mir leid ooooh jetzt jetzt hast du ihm 5 Milliarden Mobs macht er jetzt da vor der Haustür tut mir leid will der gerade in den Bossraum er hätte ja kämpfen können sagst du oah geil nur 3 Estus und dann steh ich vor Weltstadt und dann mal ich ihn fertig und oah geil Boss time in Dark Souls meine lieben Freunde hat er dann schon gesagt in seinem LP und dann kommt er weg ja nein alles zerstört niemals 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 ja die Orbs müssen ja auch gekauft und gefahren werden dann wäre ja einer verschwendet wenn er einfach geht geht ja nur auch nicht ja das stimmt das stimmt ja Daniel Aminati was Amititari ach was weiß ich ey ja viel zu viele Is in diesem Wort drin Amitit ist bestimmt Italiener Daniel Aminati ja der Berg ruft im Übrigen glaube ich war zu sehen als Tänzer das war alter Schwede woher kenne ich den Namen überhaupt also ich kenne den von also der Daniel Aminati war der Typ von Galileo wie gesagt der war Background Tänzer glaube ich bei hier ich weiß nicht wie die Gruppe hieß auf jeden Fall ist das Lied der Berg ruft da war der das erste Mal zu sehen Andrea Berg Andrea Berg die ist aber auch wieder eine andere Sache nein ich höre soweit jetzt da falls jetzt die Frage kommen warum Aminati möchtest du da drin kämpfen das verstehe ich schon wieder nicht Galileo Mystery jetzt rennst du durch das Ding was schon nicht mehr da ist hallo wartet doch auf mich hallo oh er packt Knüppel aus nein er fällt runter er ist tot das war jetzt aber nicht mein Fehler ja Daniel Aminati Galileo Mystery warum ist er denn Abgrund runter gestorben ja ja ich weiß es nicht ey man ja guten Hunger so muss das sein immer schön was rein damit ne der Daniel Aminati Mann einfach mal abgestürzt ja so jetzt hast du ein Mann Abdalaba als nächstes ne das Rest also was ich an habe ist nicht achso das sollte ich ja gerade mal zeigen wobei ich hier Angst habe invadiert zu werden deswegen gehe ich schon mal hier hin ähm das ist nicht komplett Löwen Magier Set das sind sogar glaube ich wirklich nur die Armschienen ähm ich habe an halt einfach ein Dolch auf Magie plus 10 infused dazu hat modlich große Schwert auf plus 5 und die Büromanie Flamme den klaren Blaustall Ring plus 2 für mehr Zauber Speed dann den Weisheitsstab auf 5 auch Magie infused einfach ein unaufgewertetes Parry Schild dann die Hexer Kapuze für mehr Aufladung das Wüsten Zauber Oberteil weil es halt pralle Möpse macht dann das Löwen Magier Ärmel Ding für mehr Zauber Speed und weil die Henker Gamaschen so cool aussehen mit dem Totenschädel und den Schuhen und weil das so ganz gut zum Look passt und man der Dame hier auch unter den Rock gucken kann ja so halt genau welches Level bist du? 189 glaube ich war es? äh 83 4 Millionen jetzt 4,08 Millionen da seht ihr auch noch ganz kurz die Stats drückt Pause denn jetzt geht es weiter und wir haben den hatten wir glaube ich schon zack Kron ich glaube da hätte ich sogar verloren glaube ich nein kein Brustthema diesmal naja ich weiß du willst parrying geh weg jetzt geht das Brustthema schon wieder los ja ihr liebt alle Brüste wir auch naja jetzt kommt wieder der Dual-Wielding-Mann der hat mich gerade kaputt gemacht Alter dass er schneller zuhaut mit den Dingern als ich ey unglaublichst nee das habe ich nicht zu spät gesagt das ist einfach nur die Verzögerung von Twitch ja Alter geh weg ey was machst du da? gerne einmal auf den Handschuh wechseln Alter wie er mich trifft bin ich nicht in Ordnung wieder aus drei Kilometern Entfernung cool jetzt wirft er sogar noch ein Wurfmesser nach dir das ist eine Drecksau okay der spielt nicht schlecht er weicht halt viel aus und ich versuche halt aktiv zu spielen weil die Sache ein bisschen schwieriger macht für mich ja du bist halt im Nachteil ne? lass ihn da einfach kommen GG ja so muss das sein lieber Markus so muss das sein da muss man einfach mal gucken dass man den Remedias an jedem Slash Abend einmal das Thema Brüste ansprechen nein 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 aber und das habe ich jetzt ja nun mal nicht erfunden kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen so jetzt guckt euch das mal bitte hier an ne? mit äh mit ohne den Oberteil jetzt guckt euch das mal bitte mit Oberteil an also ne? da ist ja wohl hat ja schon einen Effekt das hat einfach die Brust OP zur Geltung gemacht ne? guck dir das an oh man ja aber Tina Brüste nochmal anzusprechen ich esse auch Hähnchenbrust und so das esse ich auch alles das ist auch lecker Talion Talion ja dann jetzt geht er wieder um er geht wieder er hat jetzt die Knattermassen gesehen geht wieder ne? hallo wer bist du? er trinkt einfach mal so jetzt geht er wieder so jetzt gehst du wieder trinken na gut ich kaste nochmal nach so jetzt gehst du trinken ich kaste nach er trinkt wieder alter unglaublich wie viel Estos hast du denn? na gucken wir mal vielleicht die vierte oder fünfte mittlerweile nicht schießen bitte na komm trink genau dann kaste ich nochmal nach nochmal trinken alter Talion was ist denn los mit dir? ja ein ein hoch auf dem Spiel ja trink nochmal Prost komm hoch die Tassen genau hättest du noch wenigstens noch trinken lassen können er wollte gerade ja ich hatte fast keine Zauber mehr sonst hätte ich Orbs und Herbs und Hasse nicht gesehen nein das Oberteil ist Taktik ja distract the enemy ja nur mal so gefragt Böwe ich habe ja den das böse Hitbox gar nicht auf sind da auch welche nur so? 5 Zuschauer sind das 5 Zuschauer weil die Zuschauerzahl hier auf wie heißt das Ding wo ich streame? Twitch heißt es doch ein bisschen hin und her flippert ich weiß nicht ob das heute sehr akkurat ist oder ob ihr wirklich so fluktuativ seid liebe Freunde denn es flippert zwischen 150 und 50 also keine Ahnung ist irgendwie sehr komisch sonst hatten wir ja immer relativ konstant Zuschauer und wie gesagt heute flippert es extrem hin und her ach der war hier noch gar nicht doch der war hier schon ja wie gesagt also der Stream auf Twitch läuft aber jetzt wesentlich stabiler allerdings habe ich gar nicht müsste ich mal die müsste ich mal die also das verstehe ich zum Beispiel auch nicht liebe Freunde der Typ hier hat das Leuchtfeuer noch nicht ja aber er hat den Shortcut schon aktiviert wie geht denn das bitte? ja gar nicht weil er das wahrscheinlich gar nicht irgendwie gemacht hat denke ich mal er wird das Leuchtfeuer gesehen haben dachte sich so ah ja geh ich mal mach ich das mal nicht ne ne aber so um das nochmal aufzugreifen also Streams laufen beide stabil bei mir im Moment anfangs halt die Probleme gehabt aber jetzt läuft's läuft's so ich mach ihm mal hier einen kleinen Weg toll das ist ja bald wie bei Tom und Jerry das ist ja hier was ist das? äh gucken wir mal geil nochmal gelbes und dann grünes als letztes so vielleicht findet er dann ja auch dieses Leuchtfeuer irgendwann man weiß es nicht ja ich weiß es nicht verstehe ich nicht ja das ist doch nett ja gucken wir mal hier nochmal einen hin nee da nicht sonst ist er ja verwirrt hier nochmal einen hin dass das vielleicht sieht so jetzt haben wir ihn den Weg markiert vielleicht anstatt man links denkt sich so ja wenn ich die roten jetzt da sehe oh 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 da muss ich nicht hin ich weiß es nicht keine Ahnung wie man ja gut Kalex bin ich in der Welt von Kalex? nein natürlich der hat ja auch das Talent mal das eine oder andere Leuchtfeuer zu übersehen Hitbox ist besser äh was die Breitband äh Breit äh boah Alter Deutsch Deutsch Bandbreite so angeht Twitch hat zu viele Zugriffe äh ja ähm wir sind auch so kleine Hitbox-Fans so da möchte ich mal wie kann ich hier Follow machen wie halt Follow, Follow, Follow kommt schon da so können wir den ja vielleicht mal zum Leuchtfeuer lotsen bin ich ja mal nett ja oder so sprach der muss ja die ganzen Mobs machen genau ja äh das kann ich ja mal jetzt eben erzählen vielleicht für die die selbst streamen oder sich ein bisschen für die Technik interessieren ich streame jetzt weder direkt zu Twitch noch zu Hitbox ich streame jetzt auf meinen eigenen Server auf meinen Root-Server wo auch der TS-Server drauf liegt und der Server verteilt es dann an Twitch und Hitbox gleichzeitig das heißt ähm ja deswegen ist auch die Verbindung im Moment ein bisschen besser weil mein Server halt dahin streamt ja komm mit komm mit ja nu komm ja und da finde ich das schade dass du die Fackeln nicht anmachen kannst so jetzt gehen wir mal hier hin ja komm knatter da doch nicht rum komm 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 ja Alter du hast auch kein Gottvertrauen in Phantome ne ne hallo du bist rot also wenn es jetzt nur daran liegt ja dann zieh halt den Ring an den weißen habe ich irgendwo äh irgendwo doch da ist er da ist er doch da ist er doch da runter runter geradeaus keine Ahnung so sehe ich jetzt vertrauenswürdiger aus ja jetzt siehst du vertrauenswürdiger aus so jetzt nochmal dahin dann sagst du jetzt hier hallo ich bin der Slash ja ich will dir helfen ja genau komm mal lecker bei mich ran wir zeigen dir das Leuchtfeuer wo ist denn der Knatter Klaus steht der schon wieder da oben mit Leuchtemasse aber der Knatter Klaus ist weg ach jetzt ist er zum allerersten Leuchtfeuer zurückgegangen oder was ne 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 natürlich natürlich was sollen die Leute sonst machen nein warum denn ja keine Ahnung wenn sie sterben haben sie da ihre Seelen liegen ich weiß es doch nicht warum er ist hier irgendwo so ein Fluchkruch nein ist er nicht ne ne hallo 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 Moped man ich will dir doch nix tun ne oh da steht er ah Alter da steht er ja nun komm ja ne er will aber auch nicht ne er knattert der Knatter ne er will einfach nicht komm doch her komm 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 das ist das unglaublichst komm put 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 lalalalalala alter da sein Murakumo Moped guck mal ich caste ein Universum nein nicht kaputt mal sonst sieht der doch das Leuchtfeuer nicht mehr ja also keine Ahnung soll ich den jetzt am Leben lassen wird ja langweilig hier ja er soll dir doch hinterher rennen ey jetzt machst du ihm den Weg dahin und dann zeig ihm dass er kommen soll ja genau die gibt ihm die Prisma ich glaub nicht dass die Prisma Steine dafür ausreichen ja ich glaub auch nicht 23 Dinger oder 22 oh mein Gott alter Schwächle hättest du hier 99 Prisma Steine reinstecken sollen und dann wär das dann wär das der Beste glaub ich gewesen unglaublich ey er kommt dir aber noch nicht hinterher ne er sieht es dass du die Dinger da legst ja was weiß ich ja er denkt sich ja wow voll der Special Effekt so bunt leuchtend er voller krasse Grafik Effekt weißt du ja nu ja oh Gott 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 das war die Wand ja du ja das ähm ich hab schon ein bisschen Mitleid mit dir wir haben ja fett Mitleid mit dir wir haben ja so viel Mitleid dass wir jetzt hier über 100 Zuschauern das antun damit du dein Leuchtfeuer findest dir gucken so viele Zuschauer zu und du kommst nicht einer stirbt alter nein nicht sterben Alter jetzt aber Respekt jetzt komm na nu er trinkt er trinkt ok er trinkt jetzt jetzt aber jetzt weiß er er trinkt sich Mut an er trinkt sich ja hallo er hat nochmal knatter Wasser Aktorius jetzt komm komm alter bei mich ran alter hallo hallo ja geht nix her ah er kommt ist ja schon mal immerhin etwas na gut endlich wow ja nu komm hier bumm das wird aber ganz schön knapp hier mit dem Prismaschlein mein Gott ja ich würde mitten auf dem Weg auch rein legen falls er sich nochmal verläuft und zum NPC ja hier so unglaublich du hättest die Menschlichkeit dahin Alter du bist echt so ein Penner ey nein warum denn warum er muss doch nur die Mups fertig machen jetzt er ist doch gleich da er ist doch gleich am Ziel wir haben es doch gleich geschafft alter Schwede komm vertrau uns komm komm na alter er traut sich nicht was macht er ich weiß es nicht aber er ist sehr unterhaltsam ihm zuzuschauen was er da macht hast du noch eine Wärme oder sowas ne habe ich leider nicht das heißt wenn er jetzt hier hingeht und dieses undankbare Stück dich einfach dann killt ey obwohl ihm drei Milliarden Prismaschlein hallo die Prismasteine haben Geld gekostet ja beziehungsweise Seelen jetzt komm mal ran da das Leuchtfeuer wir gucken hier auch noch zu ja kommentieren das auch schön jetzt mach deine Mobs komm hierher das Leuchtfeuer und dann verpieseln wir uns hier wieder komm komm ran da mach mal fertig jetzt endlich er kommt Mensch hat ja auch lange genug dauert ja da jetzt hol dir das Leuchtfeuer so ob er das jetzt checkt dass er da hingehen soll ich glaube er nicht also ich tippe jetzt ja 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 nein ja ja nein nein alter was machst du denn du Dödel du sollst da in das Leuchtfeuer gehen hier da ist Leuchtfeuer ach er hat es aber jetzt hä wie hat er denn jetzt gemacht war er da drin ja du 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 ist ja unglaublich sein Alter so jetzt darf ich dich töten ja jetzt darfst du ihn töten Gott sei Dank Mensch das ist niemals Zelda spielen Junge oder ähnliche Spiele ich glaub du wirst es niemals finden irgendwelche Sachen die da versteckt sind Mensch ja was sagt denn der Chat dazu na gut jetzt mach ich mal ich glaub die sind fassungslos sprachlos sind sie dass sie sowas noch nie gesehen ja ja sowas sehen wir das öfter meine Damen und Herren das ist kein Einzelfall das bringt wohl aber nicht mal immer so gnädig das haben wir auch dazu Alter ein Hit und äh ich glaub Artorias ist jetzt gleich kaputt ja dann machen wir fertig aber er weiß ja jetzt wo das Leuchtfeuer ist das ist ja jetzt nicht so ja so sehen abgezweigt ja aber ich hab ihm das Leuchtfeuer gezeigt ich war nicht ganz böse ja das ist der Beweis wir sind gute Menschen Alter ey als kann ich immer den Kack Ring ausziehen äh Ring der Klingon Klingonenring quasi ähm dann bräuch ich das und hier so ein Moppy Mops und dann ist auch gleich mein zu trinken Ende was heißt äh wir machen gleich mal ein bisschen Pause Dark Souls das stimmt meins ist nämlich auch zu sehen ne da äh müsste ich dann auch mal Nachschub holen das ist wohl wahr ja du kannst ja einfach aus der Flasche trinken ich muss mir das ja immer abfüllen das stimmt ich hab ja keine Webcam ähm das ist wohl wahr äh your name here ja Stats zeige ich gleich nach warum bin ich jetzt hier schon wieder am Anfang der Arschwelt gespornt keine Ahnung Stats 90 60 90 da ist er doch der kam jetzt nicht vor mir ja der war vorgelesen aus dem Chat oh er hat hier zwei Hand Prügel ja ja der erste Schlag wer pariert wenn es denn gezählt hätte weil ich keinen Schaden gekriegt hab äh doch nicht der haut einfach durch mich durch ne nicht mach nochmal was na irgendwie leckt der auch ne nein 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 das war jetzt einfach nur von mir wieder schlecht pariert mach nochmal was weil du hast aber zweimal keinen Schaden bekommen ja ich glaube er hat nicht mehr auf dem Speed Spot getroffen na ich treff nicht mach gleich mal dem anderen äh anders schön ne ja äh perry ist äh ja böse nicht schön gut jetzt haben wir so bis Viertel nach oder was ja ne ist ja mal wahrscheinlich ja würde ich mal sagen wahrscheinlich achso ich bin ja direkt am Leuchtfeuer wunderbar gut machen wir 5 Minuten Pause also so ungefähr bis Viertel nach bin schon wieder ein bisschen erder ähm lege ich ja auch mal was ins Overlay mute das Mikro und danach gucke ich mal die Spenden an genau bis gleich achso und äh ja kommt auch wieder denn äh das habe ich ja ganz vergessen bei dem äh gewinne 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 ich habe ja hier noch was zu verlosen für die äh Steestars Steam Bibliothek bis gleich Viertel nach bis gleich bis gleich bis gleich bis jetzt